Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vlog. Ich bin Uwe Rembo und heute sprechen wir über ein äußerst wichtiges Thema für alle Unternehmer, nämlich was ein Businessplan enthalten muss. Denn egal ob sie ein Startup gründen oder ein bestehendes Unternehmen ausbauen, ein professioneller Businessplan ist unerlässlich. Ein Businessplan ist ja nicht nur ein Dokument, was sie für Investoren und Banken erstellen. Es ist eine Roadmap für Unternehmen, für ihre Ziele, für ihre Strategien, die den Weg zum Erfolg klar definieren. Lassen Sie uns also die wichtigsten Elemente eines Businessplans Schritt für Schritt durchgehen. Erstens die Executive Summary. Dies ist der erste Eindruck, den Investoren von ihrem Plan bekommen. Sie sollte kurz und prägnant die wichtigsten Ziele und Aspekte ihres Unternehmens zusammenfassen. Zweitens die Unternehmensbeschreibung. Hier beschreiben sie ihr Unternehmen, seine Mission, Vision, die Werte sowie natürlich die Produkte und Dienstleistungen und vor allem, was ihr Unternehmen bzw. seine Produkte so einzigartig macht. Drittens die Marktanalyse. Analysieren Sie den Markt, in dem Sie tätig sind. Wer sind Ihre Kunden? Wer sind Ihre Wettbewerber? Welche Markttrends gibt es? Wie groß ist Ihr Markt? Diese Informationen helfen Ihnen, Ihre Strategie zu definieren und sich zu differenzieren. Viertens Organisation und Management. Beschreiben Sie Ihre Unternehmensstruktur und das Management. Zeigen Sie vor allem, dass Ihr Team und Ihre Mitarbeiter die Erfahrung und die Fähigkeiten haben, um das Unternehmen erfolgreich zu führen. Fünftens Produktlinie und Dienstleistungen. Detaillieren Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen. Was bieten Sie an? Was sind die Vorteile für die Kunden? Warum sollte jemand ausgerechnet bei Ihnen und nicht beim Wettbewerb kaufen? Wie ist Ihr Produkt- und Dienstleistungszyklus? Sechstens Marketing und Vertriebsstrategien. Erklären Sie, wie Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen wollen. Welche Kanäle nutzen Sie? Welche Marketingstrategien setzen Sie ein? Siebentens Finanzplanung und Budgetierung. Das ist überhaupt einer der wichtigsten Teile eines jeden Businessplans. Erstellen Sie Finanzprognosen und Budgetpläne. Zeigen Sie, wie Sie Einnahmen generieren und Finanzen verwalten wollen. Und schließlich, last but not least, der Anhang. Hier fügen Sie alle zusätzlichen Dokumente ein, die Ihren Businessplan unterstützen. Dazu gehören Lebensläufe, rechtliche Dokumente, technische Spezifikationen, Zeichnungen und so weiter. Ein gut strukturierter Businessplan kann den Unterschied ausmachen zwischen Erfolg und Misserfolg. Er hilft Ihnen, Ideen klar zu definieren, zu formulieren und ergibt Ihnen eine solide Grundlage, um Ihr Unternehmen zu führen und zu wachsen. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Vlog angesehen haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal, um keine weiteren wertvollen Tipps zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.